Wann haben die Dinge begonnen? Als Glass den Entschluss fasste, Amerika zu verlassen? Sie war 17 Jahre alt und im 9. Monat schwanger. Visible lag eine Viertelstunde außerhalb der Stadt. Glass stampfte los, als sich ihr Unterleib zusammenzog. So wurden Diane und ich geboren. Nassen kleinen Tieren gleich fielen wir auf den verkrusteten Schnee. Kinder sind die wachsenden Händen der Welt. Offene Bücher mit leeren Seiten, die von uns Erwachsenen beschrieben werden. Weil Glass aus ihren rasch wechselnden Liedschaften kein Gehen machte, schlug ihnen offener Hass entgegen. Man lässt euch niemals vorschreiben, wie ihr zu lieben habt. Wo warst denn du letzte Woche? Hab dich vermisst? Ich bin morgen mit einem Jungen verabredet. Film für dich dann. Mom! Oh la loo! Do my heart and now I'll make it for you! Wohnest du schon in den Trautenkreis von Fays schwerpsychopathische Familie eingefügt? Cat! Du wirst mal ein richtig schöner Mann werden, weißt du das? Wen liebst du mehr, dich selbst oder ihn? Ich weiß es nicht. Es gibt nichts, wovor ich mich fürchten müsste. Deshalb werde ich eines Tages nach Hause zurückkehren. Oh! Ich bin nun immer klar, wenn ich mich fürchtes, mir worrying, wenn ich mich fürchtes, Ich bin nun immer klar. ich bin dann im Moment immer zufrieden, und um dann immer zufrieden, in dem Ain-N-N-N-N-V-G-A-R-D-D-O-D-D-E-A-N-N-N-V-A-N-N-N-D-H-S-A-N-N-T-E-L-N-G-A-N-N-N-N-N-G-C-T-H-N-M-G-M.